Hey Leute und herzlich willkommen bei den Gaming Mates. Ja, es ist Zeit für Black Ops 3 Beta. Oh mein Gott, es ist nicht meine erste Runde, aber ich muss sagen, ich finde das Game so Hammer. Wirklich. Es ist der Hammer hoch 10. Ja. Sonst so, ich bin alleine, ja. Ich schwöre die Waffen. Also es ist eng, ist auf jeden Fall richtig, richtig kacke geworden. Es ist auf jeden Fall schwerer, in das Movement reinzukommen. Da guckt es zwei hier rein. Oh Gott, oh Gott. Ich lade nach. Okay. Deswegen erwarte das jetzt nicht die besten Games von mir. Ich habe sie mir heute runtergeladen. Oh Gott. Schwitzer gibt es eigentlich auch überall schon. Kann man wirklich sagen. Das wird jetzt schon so hart immer gesetzt. Okay. Oh Gott. Das werde ich gleich geholt. Das ist auf jeden Fall richtig Hammer und ich frage schon, wenn alles mit dabei ist in der nächsten Folge dann. Oh Gott. so viele es bringt auf jeden fall nichts wenn ihr hier auf beiden gegner rein wie sonst was ja klar was er schluckt einfach und er ruft eine randomnade gilt nicht auch belassen am anfangs natürlich ohne blöderer und ohne kugelsichere reste oh mein randomnade auf jeden fall auch ja wo schon jetzt spiel für ihn verziehen ich denke viel mehr kann wenn dazu drei leute lang kommen ja das flächeln ist auch auf jeden fall richtig hart geworden wenn man geflecht wird sieht einfach wirklich gar nichts mehr ja schon wieder oben wird aufgepackt und kornadrone ist auf jeden fall bei den gegen seht schon die lobby sind nicht einfach wirklich überhaupt nicht einfach ich werde schon wieder bei der helft umfakt auf jeden fall richtig ja gerade weil die maps auch ziemlich offen sind bis jetzt auf jeden fall sagen eigentlich gibt ihn so hart geht nicht da und immer mal ein paar wende naze raushauen ist auf jeden fall immer nice alter was ist das mit spiel wir haben die nur kurz mehr bringen kann ja schon wieder richtig hart auf jeden fall woran und das rum gibt ich habe und ich bin wirklich dauerstack es ist so lächerlich lächerlich ganz ehrlich 6 13 ist wirklich nicht schlecht ich hatte jetzt schon ein paar runden dabei die sind auf jeden fall ja hier was sagt mich ist es so dann spiele mit shotgun kannst nichts machen es ist wirklich nicht schlecht es sind wirklich so viele zwei hatte fast in jeder lobby als gegner hast auch welchen dein team aber als gegner auch also hier was auf pc zu spielen ist wirklich schwer und dann auch das neue movement und so ist auf jeden fall hart da ja ja ich bin ja ich bin ich bin mit ich bin mir ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Oh Gott, ich habe nicht drauf aufgepasst, ist auch hier auf jeden Fall da für. Oh Gott, ich glaube, du musst so pre-feiern. Oh Gott, es ist so eingemesselt, gerade auch auf dieser Map. Siehst du, bei uns ist auch ein Tor, der hat einen Talon erreicht. Ja, nicht. Die Shotgun, logisch. Er fackt zu ab. Ich schwöre, ich schwöre auf mein Leben. Oh ja, er fliegt durch die Gegend, wenn der Shotgun kommt. Auf jeden Fall nice. Ich pre-fire einfach nur, weil du nichts anderes machen kannst. Okay, ich habe schon gedacht, er geht nicht down und demnächst kommen sie wieder, gell? Okay. Ich darf den Champion im Kampf, bringt es auch nicht. Oh Gott, nein, nein. Ja. War klar. Jetzt wieder der Bogen. Jetzt kommt es. Auf jeden Fall. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe das gerade mit dem Bogen falsch gemacht. Ich habe mir anvisiert, wenn ich den Bogen gespannt bin. Auf jeden Fall bei mir. Ja, gut, er hatte ich gesagt. Oh, der hat ich gesagt. Die Junt sind hier so rum, du kannst nichts, du siehst die hier nicht nur mehr. Er wartet dort. Still mit Shotgun. Nein. Ja, er hat sich hingelegt. Ich bin nice. Nein. Nein. Ja. Ihnen nachhaben. Einen freudigen Keks. Einen freudigen Keks. Oh Gott. In den ganzen spezialisten Fähigkeiten. O Gott, in den ganzen Spezialisten Fähigkeiten. oh Gott, jetzt kommt die Ränder nerein Ich bin in der Wall-Level 4 irgendwie schon wieder gestackt. Ja! Menschenskinder, Leute. Es ist schwer auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn ich ein bisschen Unterstützung... Oh Gott! Wie viel hat er da geholt? Er holt alle. Er holt den Twirbel. Oh Gott. Das ist nice, wirklich. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Hallo Leute, nochmal ein kleines Schlusswort von mir. Ja, es war jetzt keine so gute Runde, wie ihr gesehen habt. Aber ich habe sie einfach genommen, weil ich unbedingt heute noch ein Gameplay hochladen wollte und ich nichts besseres erspielt habe. Weil die Umgewöhnungsphase einfach bei mir viel zu groß ist. Aber ja, morgen geht es mit Alex ab auf jeden Fall. Da wird es auf jeden Fall ein bisschen spannend und hoffentlich auch ein bisschen besser. Also dient dieses Gameplay erstmal nur, damit ihr ein bisschen was von Black Ops 3 seht. Ja, und dann bis morgen. Dann bis morgen. Dann bis morgen.